So, hallo, es soll noch einmal um Berechnung gehen in diesem letzten Video, bevor wir zur Komplexität kommen, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Das Thema dieses Videos lautet Euklid als Informatiker. Ja, genau, der alte Grieche ist gemeint. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krutsch. Dies sind die Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik an der TU Dresden. Ja, Euklid. Was hat der mit Informatik zu tun? Was hat er überhaupt gemacht? Ja, einiges unter anderem und vielleicht das bekannteste, was er uns hinterlassen hat, ist die Geometrie. Genau, die Euklidische Geometrie. Das hat er schon vor 2300 Jahren veröffentlicht. Stand heute, ja, ich weiß ja nicht, wann Sie dieses Video sehen, aber das bedeutet, das damalige Lehrbuch hieß Die Elemente. und begründete die Euklidische Geometrie und galt auch über Jahrhunderte quasi als Standard für mathematisches Arbeiten in diesem Bereich. Das Wesentliche, was die Griechen in dieser Zeit geometrisch getan haben, war es, Dinge mithilfe der sogenannten Euklidischen Werkzeuge zu konstruieren. Die Euklidischen Werkzeuge sind sehr einfache Zeichenwerkzeuge, nämlich das Linear, was beliebig lang sein darf, aber keine Markierungen hat, und der Zirkel, der lediglich Kreise zeichnet, aber nicht einmal Längen abtragen darf. Das heißt also, er ist kollabierend. In dem Moment, wo Sie ihn vom Blatt nehmen, fällt er in sich zusammen und kann keine Längen übertragen. So die Idee. Und wir sehen schon, Zahlen kommen in dieser Geometrie überhaupt nicht vor. Das war damals nicht die Blick-Sichtweise, sondern es geht um Formen und räumliche Relationen zueinander. Und die Verwendung dieser beiden Werkzeuge, um Dinge zu konstruieren, gilt seit den Griechen und noch viele, viele Jahrhunderte danach als eine Königsdisziplin der Mathematik und als eine gewisse, eine Essenz von dem, was mathematisches Arbeiten bedeutet. Für lange, lange Zeit ist das so. Heutzutage, die Geometrie natürlich immer noch ein großes, wichtiges Thema in der Mathematik, aber dort wird was ganz anderes gemeint inzwischen, als das Zeichnen mit den euclidischen Werkzeugen. Und wir wissen natürlich, wenn die meisten Menschen, wenn sie heute Mathematik hören, denken zunächst an Zahlen, bevor sie an Graden und Kreise denken. Okay, Geometrie nach Euclid. Was kann man jetzt damit machen? Es gibt verschiedene einfache Konstruktionsschritte, die erlaubt sind für diese Konstruktionen mit Zirkel und Lineal und das sind genau die, die man auch erwarten würde. Mit einem Lineal können Sie eine beliebig lange Gerade ziehen, die durch zwei Punkte verlaufen muss. Also Sie brauchen zunächst zwei Punkte, die Sie für die Definition der Richtung verwenden. Sie dürfen nicht einfach irgendwas zeichnen auf dem Blatt. Wir wollen ja konstruieren und uns nicht künstlerisch betätigen. Und das heißt, die Punkte müssen schon vorgegeben sein und Sie führen lediglich die Gerade durch. Die zweite Möglichkeit ist, Sie können einen Kreis zeichnen mit einem Mittelpunkt, der in seinem Radius durch einen zweiten Punkt definiert ist. Und die dritte Möglichkeit, und das klingt jetzt widersprüchlich nach dem, was ich gerade gesagt habe, Sie dürfen auch eine Strecke mit dem Zirkel abtragen. Warum darf man das? Eigentlich hatte ich doch gesagt, dass Euclid selbst kollabierende Zirkel verwendet hat, die in sich zusammenfallen und eben genau das nicht können. Aber er hat auch gleich sofort erkannt, dass das trotzdem möglich ist, dass man diese Operation als ein Makro mit den anderen beiden darstellen kann. Also es ist möglich, eine Strecke beliebig abzutragen, selbst dann, wenn der Zirkel, den man verwendet, kollabierend ist. Und deshalb dürfen wir es uns erlauben, dass wir das auch so benutzen, wenn wir wollen. Wobei wir jetzt hier nicht vorhaben, besonders viel zu konstruieren. Ich erwähne es bloß. Und auch der Begriff Makro an der Stelle ist vielleicht schon ganz hilfreich, um zu verstehen, aus welchem Blickwinkel wir an diese Sachen herangehen. Also Sie haben hier ein System von ganz einfachen Grundoperationen, die man benutzen darf. Und aus denen man dann aber durch Kombination und durch geschicktes Zusammenfügen kompliziertere Gebilde entwickeln kann. Und das erinnert uns natürlich schon sehr an eine informatiknahe Sicht auf die Welt. So funktioniert das ja auch bei uns oft. Wir definieren uns die Grundlagen und dann entwickeln wir daraus komplexe Systeme, deren Verhalten wir nach kurzer Zeit nicht mehr verstehen. Okay, mal sehen, wie es hier wird. Machen wir erst mal ein Beispiel. Man kann zum Beispiel mit diesen einfachen Methoden ein Quadrat konstruieren. Wir wollen also hier beginnen mit einer Strecke, die ich hier aufgezeichnet habe. Zwei Punkte sind markiert auf dieser Linie und ich zeichne die mal rot nach. Das soll die Grundfläche sein eines Quadrats und das wollen wir jetzt mit diesen Werkzeugen bauen. Wie könnte das gehen? Ja gut, das würden Sie wahrscheinlich selbst rauskriegen. Können Sie auch gerne selber machen, wenn Sie wollen. Wir müssen das Video nur kurz anhalten und nehmen Sie Ihren Zirkel her. Wie könnte man hier vorwärts kommen? Naja, zunächst einmal zeichnen wir einen Kreis. Viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Die Gerade gibt es ja schon durch die zwei Punkte und andere Punkte gibt es auch nicht. Also müssen wir einen Kreis durch den einen Punkt und durch den zweiten am Radius zeichnen. Das ist der Kreis. Sobald wir den haben, können wir auch gleich noch einen Kreis zeichnen. Denn hier ist ein neuer Schnittpunkt entstanden. Jetzt können wir hier einstechen und hier zeichnen. Da haben wir einen doppelt so großen Kreis. Und das machen wir auch nochmal auf der anderen Seite hier. Und da sehen wir zwei neue Punkte. Und wenn wir die jetzt miteinander verbinden, dann sind wir schon fast am Ziel. Jetzt haben wir hier eine Strecke des Quadrats und das ist das, was wir am Ende wollen. Das Ganze können wir jetzt wieder ein bisschen vereinfachen. Hilfslinien löschen. Auf der anderen Seite geht das natürlich genauso. Und wenn ich das so weit gemacht habe, habe ich hier einen Schnittpunkt. Und jetzt brauche ich nur noch die Punkte, die ich schon habe, verbinden. Und damit entsteht mein Quadrat. Und ich habe ein Quadrat konstruiert. Also so schön funktioniert das. Und Sie sehen, das ist ganz einfach. Wie gesagt, Sie haben das sicherlich auch in der Schule reichlich gemacht, Dinge mit Lineal und Circle zu konstruieren. Und man kann natürlich noch viele andere Sachen so konstruieren. Zum Beispiel kann man Winkel halbieren. Das haben Sie sicherlich gemacht in der Schule. Wie halbiere ich einen Winkel mit Circle und Lineal? Man kann ein regelmäßiges Sechseck konstruieren. Das ist schon etwas anspruchsvoller, das hinzubekommen. Man kann ein flächengleiches Quadrat aus einem gegebenen Rechteck konstruieren. Auch nicht schlecht. Hier wird die Fläche erhalten. Das sehen wir schon irgendwie. Das ist immerhin mal eine Zahl indirekt im Spiel. Ansonsten hat das, was wir tun, mit Zahlen nicht viel zu tun. Also es ist immer noch großteils Zeichnen. Und wir fragen uns natürlich schon ein bisschen, wo kommt hier die Berechnung? Man kann auch viele andere Dinge machen. Das mit dem Quadrat und dem Sechseck, das war alles schon eine Zeit lang bekannt. Viele andere Figuren waren nicht bekannt. Und man hat sich den Kopf zerbrochen, was geht? Wie kann man das machen? Und ein Durchbruch in dieser Sache ist zum Beispiel Gauss gelungen, der das regelmäßige Siebzehneck konstruiert hat. Was er gefunden hat, diese Konstruktion durch nach eigenen Worten angestrengtes Nachdenken am Morgen, ehe ich aus dem Bett aufgestanden war. So produktiv ist manch einer vorm Aufstehen. Ich hoffe, dass es Ihnen auch manchmal gegeben ist. Ansonsten stehen Sie lieber schnell auf. Aber es bringt auch manchmal was, noch ein bisschen liegen zu bleiben. Es gibt auch die Anekdote, dass er dieses Siebzehneck gerne als Konstruktion auf seinem Grabstein haben wollte. Aber es ist natürlich, wie Sie sich denken können, sehr nah am Kreis, wenn man das macht. Also in der praktischen Umsetzung ist es nicht so einfach, ein Siebzehneck so zu gestalten, dass man das tatsächlich noch als etwas Eckiges erkennt. Zumal in Stein. Okay, das Siebzehneck. Was gibt es noch? Naja, es wurde noch einiges weitere gemacht. Man kann auch tatsächlich ein regelmäßiges 65.537-Eck konstruieren. Das können Sie sich leicht denken, hat dann wahrscheinlich niemand mehr gemacht. Und das ähnelt dann wirklich sehr dem Kreis. Aber es ist natürlich mathematisch gesehen vollkommen in Ordnung, das so zu definieren. Die Konstruktion ist nicht einfach und erfordert auch entsprechend viele Schritte. Ja, allein schon, dass Sie entsprechend die Figur zu zeichnen, wenn man nichts konstruieren müsste, wird es schon lange da. Jetzt denken Sie vielleicht, ja okay, offenbar geht das irgendwie alles, aber so ist es nicht. So leicht kann man hier nicht vorankommen. Dass diese spezielle Figur zum Beispiel möglich ist, liegt daran, dass die Zahl, die hier steht, eine sogenannte fermatische Primzahl ist. Und man kann also die regelmäßigen N-Ecke für alle fermatischen Primzahlen konstruieren. Fermatische Primzahlen sind welche von der Form 2 hoch 2 hoch N plus 1. Und da werden Sie jetzt denken, ja toll, da haben wir eine ganze Menge. Können wir jetzt, jede Zahl dieser Form kann jetzt so ein N-Eck konstruieren. Aber so ist es dann auch nicht, denn es gibt leider nur sehr wenige fermatische Primzahlen. Es sind nur vier Stück bekannt und das hier ist schon die größte. Also da hört es dann auf. Und man kann auch andere Sachen konstruieren, auch für andere Fälle. Okay, also so viel Konstruktion ist möglich, alles wunderbar. Und man kann sich jetzt also reichlich damit beschäftigen. Und das haben die Mathematiker der letzten zwei Jahrtausende auch getan. Insofern kann man da viel lesen. Aber was bringt uns das in der Informatik? Wo kommen wir in Richtung Berechnung hier? Wieso hat das was mit Berechnung zu tun? Naja, aus heutiger Sicht ist es gar nicht so weit weg, wie man vielleicht erst denken mochte. Für die Griechen, wie gesagt, waren das völlig getrennte Welten. Die Geometrie, was ganz anderes als die Arithmetik. Aber spätestens seit Descartes, der 1637 das Koordinatensystem eingeführt hat, wissen wir, dass auch Geometrie numerisch ist. Zeichnungen auf Papier haben Koordinaten, haben Orte. Das heißt, wir können sie mit Zahlen bezeichnen. Und damit kommen wir plötzlich wieder von der reinen Figur zum Messbaren. Ja, und unsere Lineale haben auch natürlich Markierungen inzwischen. Na gut, möchte man mal unterstellen, dass die Griechen auch schon Stäbe mit Markierungen verwendet haben, wenn sie nicht gerade euklitische Geometrie produziert. Jedenfalls das jetzt die Verbindung zwischen Zahl und Form. Und damit können wir jetzt tatsächlich auch, wenn wir zeichnen, Zahlen konstruieren. Zum Beispiel so. Wir haben ja gesehen, wenn wir die Punkte bei 0,0 und 1,0 haben, also hier auf der Strecke, dann können wir das Quadrat, was Sie hier sehen, konstruieren. Und wenn wir das einmal konstruiert haben, dann kann man am Nullpunkt einstechen, den Radius auf die andere Ecke setzen und einen Schnitt an dieser Stelle, wo das Fragezeichen steht, produzieren. Wo ist dieses, warte, wo ist dieser entsprechende Punkt, an dem sich das trifft? Natürlich, das ist leicht zu sehen, das ist Wurzel 2. Und damit können wir jetzt also durchaus sagen, wir haben geometrisch Wurzel 2 berechnet. Also ich habe nur durch Verwendung dieser einfachen Grundoperationen diesen Wert numerisch oder physisch erzeugt. Und in diesem Sinne können wir also über Berechnungen sprechen, mithilfe von Lineal und Zirkel. Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage, was kann dieser Rechner? Was würde das uns bringen? Und das erfordert auch, wenn man es analysieren will, wieder das Handwerkszeug der moderneren Mathematik, das die Verbindung zu den Koordinaten macht. Wir können natürlich das, was Lineal und Zirkel tun, durch Gleichungen beschreiben. Also eine Gerade durch zwei Punkte mit den Koordinaten a, b und c, d zum Beispiel, kann ich so als Funktion darstellen. Funktion der y-Koordinate in Abhängigkeit von der x-Koordinate. Sieht ein bisschen kompliziert aus, aber ist wirklich ganz einfach. Wir berechnen einfach den Anstieg und die Verschiebung nochmal dieser Gerade. Und das ist dann die lineare Funktion, die dadurch definiert wird. Bei einem Kreis ist das Gleichungssystem etwas anders. Das ist ein bisschen eine ungewohntere Form von Funktion vielleicht. Ein Kreis um den Mittelpunkt a, b durch den Punkt c, d lässt sich mit dieser Gleichung beschreiben. Das ist also eine quadratische Gleichung, die für bestimmte Koordinatenpaare x, y eine Lösung hat. Und das sind genau die Koordinatenpaare, die auf dem Kreis liegen. Zeichnen nach dieser Sicht ist also das Lösen solcher Gleichungen mit grafischen Mitteln. Also hier habe ich immer x und y stehen und x und y und a, b, c, d. Aber in anderen, also wenn ich jetzt viele solcher Gleichungen hätte, dann würden diese Punkte natürlich die zum Teil gleichen Werte oder Variablen verwenden und wiederverwenden und dann hätte ich ein Gleichungssystem aus Notgleichungen dieser beiden Formen und würde die dann versuchen, grafisch zu lösen. Das ist Zeichnen. Haben Sie auch noch nicht so gedacht? Ja, Zeichnen als Gleichungslösung. Und wenn man das einmal so erkannt hat, dann kann man natürlich sich auch leicht überlegen, mehr oder weniger leicht mathematisch analysieren, was solche Gleichungen überhaupt ausdrücken können, was ich damit lösen kann. Und damit stellt sich heraus letztlich, dass alle Zahlen, die man auf diese Art konstruieren kann, durch die folgenden Rechnungen sich ergeben müssen. Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division und Ziehen der Quadratwurzel. Das haben wir gerade selbst gemacht in dem Beispiel. Das ist alles. Also wenn etwas überhaupt auf diese Art konstruierbar ist, dann muss es mit diesen Operationen ausgedrückt werden können. Das ist eine Erkenntnis, die doch schon ein Stück gedauert hat, bis man sie hatte. Und die uns auch die Grenzen dieses Rechners natürlich aufzeigt. Denn es bedeutet zum Beispiel, dass die Konstruktion von Pi euklidisch unberechenbar ist, sozusagen. Also ich kann mit euklidischen Werkzeugen nicht Pi konstruieren. Das ist die berühmte Quadratur des Kreises, wäre das. Wenn ich es schaffen würde, Pi irgendwie auf der Gerade abzutragen, aufgrund meiner Punkte bei 0 und 1. Und was ebenfalls unmöglich ist, ist die Berechnung von Kubikwurzeln. Quadratwurzeln gehen, Kubikwurzeln nicht. Das ist bekannt als die Verdoppelung des Würfels, ja. Als ein verwandtes Problem. Okay, also das sind schon mal Dinge, die garantiert unmöglich sind. Also unberechenbar. Und wenn wir also heute sagen, das wäre die Quadratur des Kreises und das sprichwörtlich verwenden, dann beziehen wir uns also als auf ein unberechenbares Problem in diesem Kalkül der euklidischen Geometrie. Und wer weiß, vielleicht in tausend Jahren sagen die Leute, das würde doch das Halteproblem lösen oder so anstelle dessen und benutzen das als Sprichwort. Wer weiß. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen an unserer Wissenschaftskommunikation in der Informatik arbeiten, bis es ganz soweit ist. Okay. Trotzdem, auch wenn es da Grenzen gibt, ist es natürlich ein sehr interessantes Modell. Und eine Frage, die wir uns stellen können, ist es, ist, wie verhält sich das denn jetzt zur Church-Turing-These? Ist mit euklidischer Berechnung etwas möglich? Ist das ein Berechnungsmodell? Kann ich das als Alternative zur Turing-Maschine sehen? Liefert uns das also ein neues Modell? Da kann man jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Wie würde man das sehen? Was spreche dafür? Was spreche dagegen? Naja, Sie ahnen schon, so ganz ausgegoren ist das nicht. Also, vermutlich nicht, ja. Warum? Naja, zum einen exaktes Zeichnen ist nicht implementierbar. Also, das ist kein Maschinenmodell in dem Sinne, dass ich es wirklich umsetzen kann. Und zwar schlägt es anders fehl, als das, was beim digitalen Rechnen besitzt. Sie könnten natürlich auch argumentieren, dass digitales Rechnen in der physischen Welt irgendwo immer Kompromisse eingehen muss, ja. Das ist auch so, ja. Also, auch das digitale Modell kann nicht vollständig ohne Einschränkungen in eine Maschine übersetzt werden. Aber trotzdem ist es schon in gewissen Rahmen sicher und stabil implementierbar. Exaktes Zeichnen dagegen ist schon schwierig. Ja, es gibt nicht mal einen perfekten Kreis. Und dann ist es natürlich auch weiterhin so, dass die Ergebnisse in dem Sinne nicht messbar sind, also nicht lesbar sind. Ich kann einen Punkt an der Stelle Wurzel 2 konstruieren, aber das heißt noch lange nicht, dass ich damit den Wert von Wurzel 2 auf beliebig viele Nachkommastellen berechnet habe in vier Schritten. Also, um diesen Wert zu erhalten, müsste man irgendwelche physischen Mittel haben, die es ebenso nicht gibt. Also, insofern ein eher nicht ganz perfektes Modell. Mathematisch kann ich es natürlich trotzdem untersuchen, so wie ich es eben erklärt habe mit den Gleichungssystemen. Das erfordert ja nicht, dass ich es als Rechner umsetze. Also, das Argument hier eher, es ist kein geeignetes Modell für die Konstruktion von Computern. Ja, okay. Trotzdem, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht gerade zu dem Schluss kommen, dass zukünftige Computer mit Lineal und Zirkel arbeiten sollen, zeigt uns dieses Beispiel, und deshalb habe ich es ja auch noch mal im Video erklärt, doch schon auf eine nette Art und Weise, dass Informatik sich mit mehr Dingen beschäftigen muss, als nur mit der Frage, wie eine bestimmte App auf dem Handy realisiert werden kann oder welche Programmiersprache, welche Features benutzt oder hat. Das hatte ich Ihnen eingangs schon gesagt, ja. Informatik erforscht, was Computer sind und welche Probleme man mit ihnen lösen kann. Und die Frage, ob mein Lineal und mein Zirkel mit dem Stück Papier, was ich hier liegen habe, zusammen ein Computer sind oder nicht, ist eine, die wir trotzdem stellen müssen in der Informatik. Und man kann schon immer mal wieder neu fragen, ob die Church-Turing-These so haltbar ist oder ob es vielleicht doch noch ganz neue Ideen geben kann, wie etwas berechnet werden kann und wo etwas berechnet werden kann, mit denen man vielleicht auch Fortschritte erhält, die wir noch gar nicht sehen. Das ist also mein Abschluss zum Thema Berechenbarkeit und Unberechenbarkeit und Unentscheidbarkeit. Und wie gesagt, als nächstes wollen wir uns hinwenden zu etwas praktischeren Dingen und auch wieder mit Turing-Maschinen arbeiten. Da wird es dann gehen um Komplexität. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.